Hallo liebe Motorsport-Magazin von COM-Freunde und Formel 1-Fans. Kein Rennwochenende, aber es ist trotzdem angerichtet. Zwar nicht für einen Grand Prix, dafür für ein spannendes Technikvideo rund um den rund erneuerten McLaren MCL60. Der hat ja eingeschlagen wie eine Bombe. Landon Norris ist damit in Silverstone aufs Podium gefahren und eigentlich wäre da auch Teamkollege Oskar Piastri gelandet, hätte ihm die Safety-Car-Phase nicht einen Strich durch die Rechnung gemacht. Kurzum, der McLaren war zuletzt das zweitstärkste Auto. Dass das Update richtig was kann, das hatte sich schon in Österreich abgezeichnet, da hat nämlich nur Landon Norris die neuen Teile bekommen, in Silverstone dann auch Teamkollege Piastri, dazu gab es noch eine weitere Evolutionsstufe und es gibt sogar beim nächsten Rennen in Ungarn nochmal ein paar neue Teile. Das Ganze war schon von langer Hand geplant. Bei der Präsentation des MCL60 hat McLaren schon gesagt, wir sind hinten dran. Dieses Auto, so wie es da steht, wie wir es die ersten Rennen fahren werden, ist nichts. Dann gab es in Baku ein erstes größeres Update. Gleichzeitig hat aber Teamchef Andrea Stella gesagt, das ist nur erstmal die halbe Wahrheit. Eine B-Spezifikation soll kommen und die wird über mehrere Rennen eben ausgerollt. Ersten Teil gab es in Österreich, dann eben jetzt Silverstone und dann demnächst in Ungarn. Ja, in Silverstone gab es einen neuen Frontflügel zusammen mit einer neuen Nase, dazu ein paar aerodynamische Teile an der Hinterachse. In Österreich, da gab es aber wirklich das, was man als B-Spezifikation bezeichnen könnte. Da gab es umfangreiche Änderungen an den Seitenkästen. Und wenn wir uns den McLaren zu Beginn der Saison anschauen oder bei der Präsentation, da sah der aus wie eine Red Bull Kopie, aber eben in schlecht. Das haben wir so auch bei der Präsentation gesagt. Der hat uns nicht wirklich überzeugt, einfach schon optisch, wenn man sich das angeschaut hat, dass wir nicht diese Aggressivität, die man ja eigentlich in den letzten Jahren immer versprochen hatte auf McLaren Seite. Das sah aus wie eine Kopie des letztjährigen Red Bull allerdings nicht besonders aggressiv. Jetzt sieht das Ganze aus wie eine sehr, sehr gute Red Bull Kopie und dafür gibt es einen Grund. Die DNA des MCL 60, das was drunter liegt unter der aerodynamischen Verkleidung, das ist sehr ähnlich zu dem, was Red Bull fährt. Das war übrigens auch schon in der abgelaufenen Saison so, nur wenn wir uns zum Beispiel mal die Aufhängungskonzepte an Vorderachse und Hinterachse anschauen. Die meisten Teams sind ja in die neue Ära gegangen und haben nichts verändert. Die sind vorne mit Pushrods und hinten mit Pullrods gefahren. Red Bull hat es komplett verändert, also einmal drum herum gedreht, Vorderachse Pullrods, Hinterachse Pushrods und McLaren war das einzige Team, das schon in der vergangenen Saison genau auf diese Aufhängungskonzepte gesetzt hat. Damit hat man weitergemacht und das erlaubt natürlich schon einen gewissen Spielraum bei der aerodynamischen Entwicklung, den Red Bull ein bisschen besser abzukupfern. Bei abkupfern, man ist ja von Anfang an auf dieses Konzept gegangen, das heißt man hatte wohl schon ähnliche Sachen im Kopf, was man dann irgendwann mal machen will. Wir haben uns das Ganze mal ein bisschen genauer angeschaut, auch auf Bildern, haben ein wunderschönes Schiebebildchen gemacht und da erkennt man die Unterschiede zwischen dem geupdateten McLaren und dem Vorgängermodell sehr, sehr gut. Schaut mal jetzt auf die Seitenkästen. Diese Bilder wurden beide am gleichen Wochenende aufgenommen, Österreich, denn da hat ja Norris das neue Auto bekommen, Piastri noch das alte. Und wenn man da auf die Seitenkästen schaut und ein bisschen hin und her schiebt, erkennt man wunderbar, dass die ein Stückchen höher sitzen vorne im Einlass. Also die Seitenkastenvorerkante, die hat sich gravierend verändert, die ist nach oben gewachsen, der Undercut somit deutlich stärker. Gleichzeitig hat sich auch die Oberseite des Unterbodens verändert, die schauen wir uns später noch ein bisschen genauer an, aber man kann schon erkennen, dass da zwischen Unterboden und Seitenkastenunterseite jede Menge passiert. Dann die Seitenkästen weiter nach hinten. Ja, die sind jetzt ein ganz klein bisschen anders geworden von der Form, vor allem dann Richtung Hinterachse hin. Ja, klar, die Rampe ist noch zu erkennen, aber wir haben jetzt eher ganz hinten eine konvexe Rampe und nicht mehr so sehr diese konkave Form. Beim Red Bull ist es schon noch ein ganz klein bisschen konkav, aber nur das allerletzte Stück. Also da ist man jetzt auf so eine Zwischenlösung gegangen zwischen Red Bull und anderen Teams, denn wir haben ja bei McLaren auch noch eine Rutsche integriert in diese Seitenkästen. Die zum Beispiel hat der Red Bull tatsächlich nicht. Ich bin mal gespannt, auch Red Bull hat ja ein Update angekündigt jetzt für Ungarn. Vielleicht kommt dann sowas, das ist ja schon ein Techniktrend 2023, den wir erkennen können. Ursprünglich hat Alpin mal damit begonnen, dann Aston Martin sehr, sehr aggressiv mit dieser Rutsche geworden. Inzwischen haben es zahlreiche Teams, Red Bull noch nicht. McLaren hat jetzt dieses Red Bull-Konzept eigentlich perfektioniert oder das Red Bull-Konzept perfekt kopiert und dazu noch diese Rutsche reingemacht. Also das ist schön zu erkennen, wie man da Anleihen genommen hat, aber trotzdem noch was anderes mit integriert hat. Wie diese Seitenkasteneinlässe sich verändert haben, sieht man wunderbar auf einem Detailfoto und das erklärt auch gleichzeitig, wieso es nicht so einfach war, die Autos Back-to-Back zu testen. Also das heißt, einmal das Alte, einmal das Neue umzubauen, das ging nicht. Das ist viel zu aufwendig, denn der Leading Edge, also diese Vorderkante dieses Seitenkastens, die ist am Chassis angebracht, am Monocoque. Und wenn wir uns da jetzt die Bilder genauer anschauen, dann sehen wir sogar noch die Spuren der alten Variante. Wenn man da in die Bilder etwas reinzoomt, kann man es wunderbar erkennen, wie der alte Seitenkasten aussah. Also vor allem der Einlass, da ist oben ja noch was drüber. Dieses Teil fehlt jetzt komplett und unten ist es einfach auch ein deutliches Stück höher geworden als zuvor. Also dadurch ein recht umfangreicher Umbau. Also bei McLaren scheint es sehr, sehr gut zu funktionieren, den Red Bull zu kopieren. Bei Ferrari eher weniger. Ja, Ferrari hat auch das Konzept gewechselt, aber nur so ein bisschen. So ganz tut man sich schwer, bei Ferrari das Konzept zu ändern. Eigentlich hat man von einer Konzeptänderung die ganze Zeit abgesehen, zumindest öffentlich hat man nicht darüber gesprochen. Dann in Barcelona kam man für die meisten überraschend doch mit einem Downwash-Seitenkasten, aber eben halt nicht der richtigen Red Bull-Version. Es ist eine Light-Version, wir haben beim McLaren schon gesprochen, Vorderachse, Hinterachse, die sind ja identisch wie beim Red Bull. Identisch nicht im Sinne von man hat komplett das gleiche, sondern zumindest mal die gleichen Aufhängungskonzepte. Beim Ferrari ist es genau umgedreht. Das ist aber gar nicht so das Hauptproblem des Ferrari. Kühler ist zum Beispiel so eine Thematik, ist ja eine Frage, wie der im Seitenkasten drinnen sitzt. Beim Ferrari ist der nicht so steil nach unten angestellt, sondern eher schwebend, nicht ganz so schwebend, wie wir es letztes Jahr mal beim Aston Martin oder beim Alpha gesehen haben. Aber der geht da nicht so wie eine Rampe nach unten und deswegen hat man da schon Probleme, wirklich das aerodynamische Konzept mit der Rampe nach unten zu integrieren. Das ist ein Problem des Ferrari, aber vielleicht nicht das Größte. Wenn wir uns mal die Unterböden anschauen, ist ja seit der vergangenen Saison, seit der neuen Ära, seit der neuen Ground-Effekt-Ära der entscheidende Punkt bei der Performance, dann sehen wir da an der Oberseite der Venturi-Kanäle schon deutliche Unterschiede. Wenn wir uns zum Beispiel den Red Bull anschauen, wenn wir uns den McLaren anschauen, wenn wir uns den Alpha Sauber anschauen, wen auch immer, wir sehen da immer so einen Knick drinnen oben. Wenn wir uns den Ferrari anschauen oder den Haas, dann sehen wir es nicht und ich sage jetzt Ferrari und Haas, die beiden sind sich ja konzeptionell sehr, sehr ähnlich. Wieso haben Haas und Ferrari das nicht? Das ist zurückzuführen auf die SIS, auf die Side Impact Structures oder auf die Seitenaufprallstrukturen. Es gibt an einem Fahrzeug ja Crashboxen, vorne, hinten, links und rechts, damit der Fahrer von allen Seiten geschützt ist, wenn es einen Unfall gibt, muss die Energie absorbiert werden. Vorne ist es die Nase, hinten ist die Crashbox am Getriebe dran und seitlich gibt es dann eben diese SIS, da gibt es auf jeder Seite zwei Stück davon, eine obere und eine untere. Das sind so Carbonröhren, ungefähr so lang würde ich mal schätzen und die sind direkt am Chassis angebracht, das heißt, wenn ein anderes Auto reinfährt oder wenn man gegen die Mauer fährt, dann landet da der Fahrer nicht nur mit den Aufhängungen und dann irgendwann mit dem Monocoque, sondern eben auch mit diesen Röhrchen, die sich dann zusammenschieben und diese Energie abbauen. Also die Teile sind relativ stark genormt, aber ich habe Freiheiten bei der Positionierung dieser SIS. Ich kann sie in einem kleinen Korridor nach oben und vorne und unten und hinten verschieben. Wenn wir uns jetzt mal den Alpin anschauen, ich habe da in Silverstone einen kleinen Rundgang gemacht am Donnerstag, als die Autos zusammengebaut wurden, dann sieht man da noch relativ viel, was unter der Karosse eigentlich meistens verborgen ist und da kann man diese Side Impact Structures wunderbar sehen. Wenn ich jetzt auf den Alpin mal reinzoome, dann sieht man, der obere und der untere, die sind relativ weit auseinander. Wir haben da mal den gelben Balken reingemacht, um zu sehen, wie groß der Abstand tatsächlich ist zwischen oben und unten. Wenn wir uns dann andere Autos anschauen, sieht das sehr ähnlich aus. Wenn wir uns jetzt aber den Ferrari anschauen oder den Haas, beim Ferrari habe ich es leider nicht genau fotografieren können, aber beim Haas ist es sehr, sehr ähnlich, dann sieht man, dass die untere Aufbrallstruktur da deutlich weiter nach oben gewandert ist, also direkt unter diesem etwas voluminöseren Kühler. Wenn ich jetzt nochmal zurückgehe auf den Unterboden, was ich da gerade gesagt habe, dass dieser Knick da zu sehen ist bei den meisten Autos, außer beim Ferrari und beim Haas, dann weiß ich jetzt auch, aha, das ist der Knick, der um diese Seitenaufbrallstruktur drum herum geht. Beim Ferrari sehe ich diesen Knick jetzt seit dem Update in Barcelona auch, aber eben nicht an der Oberseite des Unterbodens, sondern im Seitenkasten integriert und dadurch ist natürlich klar, dass ich den Undercut gar nicht so extrem ausführen kann, wie jetzt zum Beispiel ein Red Bull oder der McLaren, weil ich immer diese Seitenaufbrallstruktur habe, die im Weg steht. Sagt ihr, naja, dann soll halt Ferrari diese Seitenaufbrallstruktur einfach ein Stückchen weiter nach unten schieben, so wie die anderen auch. Ja, ist aber während der Saison sehr, sehr schwer möglich, weil diese Seitenaufbrallstruktur ans Monocoque rangeflanscht ist und das Monocoque an den entsprechenden Stellen natürlich auch verstärkt sein muss. Also das ist alles nicht so einfach, aber ich glaube, man versteht jetzt ganz gut, dass wenn man ein grundlegendes Konzept hat, man ein anderes Aerodynamikkonzept nicht einfach drüberlegen kann, denn das funktioniert mechanisch oftmals wegen Kühler gar nicht oder in dem Fall jetzt auch wegen den Seitenaufbrallstrukturen. Ferrari hat es versucht, das irgendwie trotzdem noch zu integrieren, aber so hundertprozentig geht das eben nicht. Upgrades sind ein richtig spannendes Thema, wie ich finde, und machen auch so ein bisschen die Formel 1 aus. Technische Updates sind in der Königsklasse des Motorsports, finde ich, das Salz in der Suppe. Das unterscheidet die Formel 1 von vielen anderen Rennserien, dass sich da eben auf technischer Seite so viel tut und das nicht nur in der realen Welt, sondern inzwischen auch in der virtuellen Welt. Bei F1-23 gibt es im F1-World-Modus die Möglichkeit, nicht nur Updates am Auto anzubringen, sondern auch noch Team und Strategen zum Beispiel zu entwickeln, also diese gesamte Crew. Der neue Modus ist quasi ein motivierendes Progressionssystem. Du trainierst nicht nur deine eigenen Skills und wirst besser, sondern auch dein Team und dein Fahrzeug werden kontinuierlich mit jeder Runde besser. In diesem F1-World-Modus integriert sind diese klassischen Modi, wie zum Beispiel einzelne Grand Prix oder Zeitfahren, mein persönlicher Favorit, denn da brauchst du nicht besonders viel Zeit, lernst aber die Strecken wunderbar kennen, weißt also, welche Kurven in welchem Gang durchfahren werden und so weiter. Multiplayer-Modus, das ist alles in dem F1-World-Modus integriert. Gleichzeitig gibt es natürlich im Spiel auch noch einen Karriere-Modus oder den seit 2021 jetzt wieder zurückgekehrten Breaking-Point-Story-Modus. Diese zwei Varianten sind aber vom F1-World-Modus ausgenommen. Wenn du dann wieder im F1-World-Modus bist, bekommst du für jede Runde, für jedes Event die Möglichkeit, etwas upzugraden, entweder das Auto oder die Crew. Da gibt es dann zum Beispiel auf technischer Seite Möglichkeiten, Änderungen am Getriebe vorzunehmen oder an der Bremsbelüftung. Das führt dann dazu, dass du entweder mehr Abtrieb hast, weniger Reifenverschleiß, also alles wie in der realen Formel 1. Ferrari, Leute, wenn ihr zuhört, vielleicht solltet ihr ein paar Runden fahren, um euer Auto beim Reifenverschleiß etwas zu verbessern, aber so einfach ist es dann in der realen Welt oftmals leider nicht. Das Ganze kannst du dann einsetzen, nicht nur in den Events, die ich genannt habe, also Zeitfahren, Grand Prix und so weiter, sondern auch in speziellen Events, täglich, wöchentlich und saisonal gibt es dann immer wieder Events, wo du dein verbessertes Auto und Team dann einsetzen kannst. Wenn du jetzt Benzin geleckt hast und selbst ein Auto upgraden willst, gibt es die Möglichkeit natürlich auf allen gängigen Plattformen, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S und natürlich auf PC. Und damit wieder zurück zur realen Welt und zu Mercedes. Size Zero-Konzept, Seitenkästen, keine Seitenkästen, wie viel haben wir darüber schon gesprochen? In Monaco kam dann endlich das sehnlichst erwartete Update mit Seitenkästen, aber trotzdem, so richtig, richtig läuft es seitdem auch. Es gibt immer wieder Aufs und Ups und wir wollen uns auch anschauen, was hat Mercedes gemacht? Was hat Mercedes anders gemacht als Ferrari? Was hat Mercedes anders gemacht als McLaren? Mercedes ist natürlich genauso wie Ferrari eingeschränkt, Vorderachse und Hinterachse. Da setzt man genau wie Ferrari auch eben auf Push-Rots-Vorderachse, Pull-Rots-Hinterachse, genau das umgekehrte System wie bei McLaren und bei Red Bull. Mercedes hat aber trotzdem Änderungen an der Vorderachse vorgenommen, wenn ihr euch erinnert. Man hat aber die Querlenker nur verlegen können. Das war auch schon eine Mammutaufgabe, das irgendwie an das bestehende Chassis ranzumachen. Hat dadurch ein Anti-Dive-System, das konnte man alles machen. Ja, das bringt vor allem natürlich für die Mechanik etwas. Beim Anbremsen taucht das Auto nicht so ein. Für die Aerodynamik hingegen, das was ich an der Aufhängung machen kann, ist es dann eben nur eine kleine Lösung, nicht aber das große und vor allem was die Hinterachse angeht. Und das kann ich ja über die Saison hinweg auch nicht machen, denn die Hinterachse ist ja im Getriebegehäuse integriert. Das ist ein Riesenbauteil. Das muss ich über den Winter machen. Dann gibt es natürlich noch die Kühlerproblematik. Da sieht es bei Mercedes ein bisschen besser aus als bei Ferrari. Das war schon eher in Richtung Red Bull, zumindest von der Kühlerinstallation her. Auch da musste man Änderungen vornehmen, aber man musste nicht jetzt den Kühler aus dem Seitenkasten nach oben packen oder umgekehrt. Aber das konnte man noch ein bisschen besser integrieren. Und so sieht es auch bei der unteren Seitenaufbräustruktur an. Man erkennt am Mercedes Unterboden ja auch diesen Knick, der dafür da ist. Aber dafür hat man ein Problem mit der oberen Seitenaufbräustruktur. Denn wir dürfen nicht vergessen, der Mercedes hatte ja davor quasi gar keinen Seitenkasten. Aber trotzdem musste er irgendwo diese Seitenaufbräustruktur integrieren. Unten war das kein Problem, da war das ja am Unterboden drinnen. An der Oberseite, ja, was hat man da gemacht? Da hat man ja ein extra Element rausgemacht aus dem Chassis, das eigentlich nur dazu da war, diese Seitenaufbräustruktur zu verkleiden und gleichzeitig noch um einen Spiegel zu halten. Dieses Element, das muss man jetzt beibehalten, weil man das nicht so verschieben kann. Da ist ja die Seitenaufbräustruktur integriert und das kann man jetzt nicht einfach zum Einlass des Seitenkastens machen. Also da ist man etwas eingeschränkt in den Möglichkeiten. Und deswegen ist es auch bei Mercedes nur so eine Light-Version des Red Bull oder das, was sich als offenbar dominierendes Konzept herausgestellt hat. Auch wenn Mercedes jetzt wieder sagt, Moment mal, was ist ein Konzept? Und die Seitenkästen sind eigentlich nicht so wichtig. Ich finde, Andreas Deller hat es da ganz gut auf den Punkt gebracht. Er sagt, in dieser neuen Formel 1 musst du alles gleichermaßen hinbekommen. Sowohl die großen Volumina, also Seitenkästen, als auch die Millimeter. Und damit meint er dann natürlich den Unterboden. Aston Martin sitzt übrigens in einem sehr ähnlichen Boden wie Mercedes. Die haben zwar von den Seitenkasten Konzepten her was ähnliches von Anfang oder seit letztem Jahr Barcelona schon gehabt. Also die haben zumindest nicht die Problematik mit den Seitenaufbräustrukturen. Die haben aber bei der Hinterachse das Problem, dass die alles von Mercedes beziehen. Das heißt, die können da nicht sagen, okay, eigentlich würde zu unserem Auto besser eine Pushrod-Hinterachse passen. Da ist man darauf angewiesen, was Mercedes hat. Allerdings auch nicht mehr allzu lange, denn 2026 wird man ja zum Honda-Werksteam. Dann kann man solche Sachen selbst entscheiden. Ja, wer wird jetzt Zweiter in der Konstrukteurs-WM? Wir haben schon über Aston Martin gesprochen, wir haben über Mercedes gesprochen, wir haben über Ferrari gesprochen und eben über McLaren. Es ist ein sehr, sehr spannender Kampf. Aktuell hat Mercedes klar die Nase vorne mit 203 Zählern. Dahinter Aston Martin 181, Ferrari 157 und dann richtig abgeschlagen McLaren mit 59 Zählern. Eigentlich glaubt man ja, McLaren hat das Momentum. 10 von 22 Rennwochenenden haben wir hinter uns. Fernando Alonso sagt aber ja, auch wenn der McLaren jetzt richtig schnell ist, er glaubt nicht, dass sie Aston Martin noch einholen, einfach weil der Rückstand schon so gigantisch ist. Ich bin mal gespannt. Wenn ich mich festlegen müsste, würde ich wahrscheinlich mein Geld auf Mercedes setzen. Warum? Ja, das Auto ist jetzt nicht der ganz große Wurf geworden mit dem Update, aber es war ja auch schon vor dem Update nicht komplett schlecht. Es gibt zu große Schwankungen, aber Barcelona war zum Beispiel richtig gut und wir werden auch wieder Strecken bekommen, wo der Mercedes wieder besser liegen wird. Dazu hat Mercedes noch zwei richtig gute Fahrer und das ist ein Punkt, den ich zum Beispiel bei Aston Martin nicht sehe. Da hat man Fernando Alonso, ja, absoluter Top-Fahrer, aber eben auch Lance Stroll, der hinkt punktemäßig schon gigantisch hinterher. Und the trend is your friend, bei Aston Martin hatte man da so ein bisschen Probleme in letzter Zeit. Jetzt kann man sagen, streckenspezifisch, es kommen dann auch wieder Strecken, die dem AMR 23 besser liegen, wie zum Beispiel Ungarn. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, aber es gibt da natürlich auch immer noch einen Rhythmus, in dem man die großen Update-Pakete bringt. Also das wird alles sehr, sehr spannend. Trotzdem Aston Martin insgesamt ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Bei Ferrari, da erkennt man gar keinen richtigen Trend, da geht es einfach mal komplett nach oben und komplett nach unten. Das Update aus Barcelona war vielversprechend, denn in Kanada dachte man, man hat es verstanden und hat die Problematik im Rennen gelöst. Jetzt Silverstone war wieder komplett in die andere Richtung. Also so wirklich schlau werde ich nicht aus Ferrari und ich glaube auch die Ingenieure werden nicht so richtig schlau aus der Scuderia. McLaren, the trend, ja, auf der anderen Seite der Rückstand. Auf der anderen Seite, es waren jetzt nur zwei Rennen. Es war Österreich und Silverstone. In beiden Fällen waren Highspeed-Kurven die absolute Stärke des MCL 60. Das war auch schon zuvor so, nur es wurde einfach noch mal ein Stückchen besser. Die richtige Bewährungsprobe, die kommt jetzt am kommenden Wochenende in Ungarn, Hungaroring, eine komplett andere Strecke. Viele langsame Passagen und die macht der McLaren eigentlich nicht so. Deswegen bin ich jetzt da mal richtig gespannt, nach der ganzen Lobhudelei, die auch wir jetzt hier betrieben haben, ob der McLaren das dann halten kann, was er die letzten zwei Rennen versprochen hat. Aber wir halten noch mal fest, der McLaren eine sehr, sehr gute, vielleicht sogar perfekte Red Bull-Kopie, weil er vom Konzept her das RB19-Konzept auch integrieren konnte. Mercedes und Ferrari tun sich da deutlich schwerer und jetzt sind wir einfach mal gespannt, wie es ausschauen wird. Abwarten, wie es bei motorsportmagazin.com immer so schön heißt und wir haben lange genug gewartet, aber jetzt haben wir es tatsächlich geschafft. 200.000 Abonnenten auf diesem YouTube-Kanal. Absoluter Wahnsinn. Also damit hätte ich nie gerechnet, als wir damit angefangen haben. Vielen lieben Dank an euch alle. Ich würde am liebsten 200.000 Mal umarmen oder was auch immer. Absoluter Wahnsinn, aber ihr kennt uns, wir haben natürlich schon die nächsten Ziele, wir sind ehrgeizig. Es wird noch ein Stückchen Arbeit werden, es wird auch noch etwas dauern, aber eine Viertelmillion, jetzt haben wir eine Fünftelmillion, das ist eh schon verrückt, wenn man sich das vorstellt, aber eine Viertelmillion, 250.000, das wird natürlich unser nächstes großes Ziel. Vielen Dank.